Geh weg! Oh, Vorräte. Nein! Oh, Wallachrie. Nein, die Vorräte haben... Ach komm, die Vorräte sind die Fruchträte. Besten Dank dafür, Jungs. Einfach verdientes Geld heute. Sehr einfach verdientes Geld. Also dieses Halloween-Event im Multiplayer finde ich ist gelohnt. Hier, Leute, ich hab wieder eine. Guckt, so sieht die dann aus. Äh, macht mal ein Screenshot, ein Clip. Das nehme ich als Thumbnail. Nee, da. Aber jetzt mal im Ernst, also es hätte ja gar nichts anderes sein können, als eben diese Challenge, äh, Vorräte nehmen und mit den Vorräten dann hoffen, dass es Fruchträte werden. Oder Furchträte. Wie, wie, was hätte es sonst sein sollen? Wisst ihr, was ich meine? Es ist ja extra nur Multiplayer. Er hat meine Vorräte. Erst, erst werde ich von den Vorräten getötet und dann holt er sich die Vorräte. Also, so wie es aussieht, hat jeder nur noch die Marshall. Und ich finde das witzig. Wenn ihr mich fragt, zwei Wochen so spielen, nur mit der Marshall in der Hand? Absolut. Oh. Ich liebe die Marshals. Okay, Eliminierung zählen sogar die Assists dazu. Aber, es kommt ein neues Game. Es ist nicht mehr lange bis dahin. Wir sollten einfach die letzten Tage genießen. Der Flammenwerfer ist ja sowas von Shit. Alter, ist der Flammenwerfer schlecht. Ach, der ist schon leer. Ach, du heilige Maria. Da ist er. Ach, du heilige Maria. Wie schnell ist denn der leer, bitte? Oh, Shit. So. Hi. Hi. Du heilige. Du ahnst es nicht. Was war in dem Flammenwerfer drin? Zehn Schuss oder was? So. Oh mein Gott. Nein. Nein, nein, 15. Nein. Nein, 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 nein. Wo ist es? Wo ist es? Da. Vergangen. Zu viel gewollt. Es ist eigentlich mal schlimm, wenn Deutsche auf Sükländer machen und alles nachlabern und nicht mal wissen, was gewisse Worte bedeuten. Also, Valakrise bedeutet für mich eindeutig auf oder in die deutsche Sprache übersetzt. Oh je. Diese Situation gerade ist sehr unangenehm. Es wird immer schlimmer. Das ist für mich übersetzt Valakrise. Das ist meine Übersetzung davon. Okay, also 20 Euro Wette habe ich gewonnen. Und da der gesamte Live-Chat dabei war, bekomme ich an der Stelle von jedem im Chat, ich habe hier gerade meine Liste offen mit Chat-Teilnehmern, 20 Euro. Denn, seien wir ehrlich, eigentlich darf ich mir den Geist-Scream-Skin nicht kaufen. Aber ich will. Ich kam nicht weg. Morgen, scheiters, grüß lieber Wester. Leute, ich kam nicht mehr weg. Was, was, was er nicht machen soll. Was? Scheiße. Es war aber gut. Und nicht schon wieder treffen, bitte. Das haben wir zu häufig hier. Gefechtsbogen. Artillerie. Jeder spielt Vorräte. Ups. Ich drehe das. Ich drehe das. Ah, scheiße. Ich wollte es drehen. Ich wollte ihm das drehen. Ich wollte ihm da was Besseres machen. Aber wenn man mir das nicht erlaubt. Wenn man mir nicht erlaubt, was Besseres zu machen. Das geht da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hätte auch die Muni-Kiste sein können auf der Map. Die normale. Aber warum sollten das Fruchträte sein? Denn wäre es ja immer. Weißt du, wie ich meine? Ist ja irgendwie klar, dass die da so ein bisschen. Ein bisschen random mit rein machen. Oh. Oh. Ey, du bist ja bei mir. Ey, ey. Was habt ihr beide in den Bus gemacht? Was habt ihr gerade beide in den Bus gleichzeitig gemacht? Warum hat... Oh, komm. Ey, Leute. Ich muss dritter... Ich muss dritter werden. Ich krieg nicht mal einen. Ja, komm her. Ja. Du bist fällig. Komm, den holen wir uns. Ja. Ha, ha. Der Tod. Oh mein Gott, Digga. Er hat das Spiel verlassen. Oh mein Gott. Ich bin so glücklich gerade. Das ist einfach geil. Ihr wart zu dritt im Bus? Habt ihr der Gangbang gemacht oder was? Wofür hab ich eine Drohne, wenn ich den Gegner nicht seh? Ist das jetzt... Äh! Ist das ein Gegner oder ein Freund? Ich bin überfordert. Komm. Wer ist denn das? Oh mein Gott, ey. Ich feier das, Leute. Ich feier das. Ohne Witz, so viel Spaß hatte ich lange nicht in dem Game. Ey, ist das geil hier. Aber so richtig geil. Ach komm, geh weg. Geh doch weg! Wehe, mich streamstript einer von euch. Ich fick euch. Oh Gott, geh weg. Er hat bestimmt vergessen, wo ich bin. Na komm, zeig dich. Komm her! Oh, es geht. Ich werde dich ficken mit Machete. Muss ich jetzt überleben oder muss ich ihn töten? Muss ich ihn töten oder muss ich weglaufen? Ich habe ein neues Game gefunden. Ich habe ein neues Game gefunden. Okay, ich bin Erster. Endlich eine Chance, Dritter zu werden. Ich denke, das klappt nicht nochmal. Okay, ich brauche einen neuen Trick. Ich habe den Trick jetzt rausgefunden. Schneller laufen kann man sowieso nicht. Der Trick ist, versteck dich wie ein ekliger Bastard. Und zwar jede Runde aufs Neue. Guckt mal, wie die Punkte da sprießen. Guckt euch das mal an. Eine 4-0er KD. Aha. Was macht Wolf? A Reverse Boosted. Anfänger. Leon? Ah. Oh. Wenn ich einen Vollstrecker bekomme, raste ich aus. Ha! Ich habe eine Flash. Eine Minute 20. Was bringt man eigentlich das Radar, wenn es keinen anzeigt? Guck mal! Guck mal! Ich muss ja nur überleben. Ich muss ja nur überleben. Ich habe eine Flash. Ich kann mich mit einem anlegen. Oder ich kriege sie dazu, dass sie nebeneinander stehen. Dann flashe ich beide und fixe sie beide. Na komm! Na komm! Na komm! Na komm! Schreie . . . . . . . . Hahahaha Hahahaha Hahahaha